Mi chiamo Biki, vengo da Grumbach in Germania. Mi chiamo Andreas, vengo di Grumbach in Germania. Wir sind ein Paar und sind zusammen auf dieser Reise. Wir sind zusammen für eine Woche in Bassano del Grappa und machen total tolle Ausflüge, schauen uns verschiedene Orte an, machen eine Prosecco-Verkostung, wandern. Und wenn man sich auf diese Reise vorbereitet, so wie ich, dann sollte man zumindest ein bisschen versuchen vorher schon ein bisschen Italienisch zu lernen. Man kriegt zwar sehr viel mit, aber wenn ein bisschen Vorkenntnis da ist, so ein paar Wörter, ein paar Floskeln, vielleicht die wichtigsten Verben mal angucken, dann hat man eine gute Pole Position.